Willkommen ihr Lieben zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten und ihr habt es im Titel gesehen, der erste Held bei mir geht jetzt endlich auf seine letzte Reise, also auf Max Level und die, die mich so ein bisschen verfolgen wissen, das wird natürlich meine Königin werden und deswegen ziehen wir die jetzt auch hoch würde ich sagen, ich hatte noch ein Heldenbuch aus dem Pass bekommen, Pass habe ich fertig, ihr seht der Skin des Kings, also der neue Skin, da winkt er nochmal und die Queen soll auf jeden Fall jetzt auf Max Level gehen, also die fünf Level haben wir schon mal um und so lange gibt es das Update ja jetzt noch nicht, aber ich habe schon welche gesehen, die haben die Helden denn auch sogar schon ein ganz ganz kleines bisschen weiter, aber ich mache in jedem Fall auch ein bisschen weiter, aber ich möchte natürlich ganz gerne immer einen Helden mindestens dabei haben, also nehmen wir erstmal die Queen hier auf Max Level, jetzt sieht das Profil auch schon wieder ein bisschen netter aus hier unten, ist jetzt schon die Flamme wieder über der 65, aber ihr seht das, ich habe auch 10 Millionen hier im Pott und ich nehme im Moment nicht am Clankrieg teil, also der Worden jetzt 10 Level der Worden, boah, okay, müssen wir ein paar Tage warten, aber fünf Tage, wie lange laufen die fünf Tage, 14 Stunden mit Pass, das geht eigentlich, normal laufen sich sieben Tage und mal sehen, ob wir den Worden nicht nur ein Level hier hochziehen können, das ist dann halt so, dann bin ich halt mal ein bisschen ohne CK unterwegs, ich hoffe, aber ich glaube, das ist nicht ganz so schlimm für den Clan hier, einige machen ja jetzt King und Queen und Warden nach und ich habe jetzt heute Morgen auch schon gesehen, es quälen sich auch schon einige in Legende, weil sie nur einen Helden haben oder zwei Helden, je nachdem, ich habe jetzt noch zwei Helden hier, King und Queen, im Zweifelsfall, wenn ich in CK mitspiele, kann ich natürlich den King mit einer Hero Potion hochziehen und oder auch den Warden, aber naja, sei es drum erstmal Queen, das war jetzt erste Voraussetzung bzw. das war erstes Ziel, aber ihr habt auch noch im Titel gesehen, wir haben gegen einen Champ 1 Clan gespielt, gehe ich kurz mal rein und ist, ja wie soll man sagen, es ist keine Schande gegen einen Level 1 Champ Clan zu verlieren und glücklicherweise waren nicht alle Rathaus 12er vom Gegner maxed out, das heißt also, ihr seht das hier, die Base ist jetzt nicht ganz ausgebaut, aber hat immer ein Rathaus, Fünfer Rathaus und der Clan hier unheimlich stark, gegen den wir anstinken mussten, denn die waren Nummer 84 glaube ich schon in der SCCWL, also in der Supercell Clan War League und haben die letzten drei Saisons vor allen Dingen immer als Erster dort abgeschlossen, also Hut ab, muss man so sagen und respektvoll ging es auch an diesen Gegner erstmal ran, um dann mal abzuchecken, was können die eigentlich und sie waren unten so ein ganz kleines bisschen benachteiligt, hatten halt so ein kleines Dorf dabei, den Fehler haben wir vor ein, zwei Wochen auch schon mal begangen und werden wir aber auf jeden Fall nicht mehr machen, dass wir so kleine Rathäuser mitnehmen, nur um aufzufüllen, denn dann bekommen wir immer ein ziemlich starkes Mismatch, vor allen Dingen im unteren Bereich und dann müssen wir ziemlich hart dippen, aber der Frankie, der dippt hier nicht, also der Alex dippt hier nicht mit Queen, Drachen und einem Elektro-Drachen, ging es hier jetzt erstmal so ein bisschen durch die Base durch, beziehungsweise damit wurde erstmal gefundelt, auch nicht schlecht und einiges habe ich hier auch nicht gesehen, harter Tag, beziehungsweise harter Freitag, ich hatte keinen Brückentag und habe dementsprechend Tast über eher wenig gesehen, muss ich sagen, aber mal sehen, er kommt hier mit Hockrider, wenn du mit Hockrider hier in so eine Base lang gehst, Richtung Rathaus, dann musst du den Boden dabei haben, sonst gehen ja alle Hocks, sonst gehen ja alle Hocks, hops und denn die Aura muss hier in jedem Fall über ein Rathaus gezündet werden, es sei denn, es ist das letzte Gebäude, das ist es aber hier nicht und da musst du dann schon genau aufpassen, wie der Balken hier ist, aber perfekt gezündet hier und ihr seht das, zweimal quasi eine Bombe, einmal die Bombe vom Rathaus und einmal die Doppelbombe gleich hinten dran und hier jetzt noch der Turm, das ist ja auch mehr oder weniger ein kleines Bömmchen, aber das tut den Hockrider nicht mehr ganz so weh und dann sind das hier auf das kleinere Rathaus, sag ich jetzt mal, aber dennoch schöne drei Sterne, denn die mussten wir auch irgendwie bringen, denn irgendwie wollten wir unser Gesicht wahren und ich meine, wir spielen Champ 2 und haben bisher es immer verpasst, nach Champ 1 aufzusteigen, aber das hat er erstmal schön gemacht, hier, schöne drei Sterne vom Alex. Ich glaube, das war einer der knappesten Kämpfe, die ich seit langem gesehen habe, muss ich mal sagen, ich gehe mal ein ganz kleines bisschen an, ich gehe mal ein bisschen raus für euch, so, und dann seht ihr das ganze Spielfeld, der Noah hier Partunax auf die Nummer 15, also 13 auf 15, auch etwas runtergegangen, aber das ist halt im Rathaus 12er Bereich, muss ich sagen, ist das ähnlich wie dem reinen Rathaus 9-Klan-Krieg, da kannst du eigentlich jede Nummer machen, weil sie in etwa so aussieht wie du, beziehungsweise das Kriegsgewicht ist so hoch und dann ist das jetzt kein Dip oder so, sondern das ist schon absolut auf Augenhöhe und kommt hier richtig schick in die Mitte rein mit seinen Truppen, Karre immer noch am Leben vor allen Dingen, das ist immer sehr, sehr wichtig, dass die vor allen Dingen wirklich, wirklich weit kommt und er hat hier auch jetzt keinen Sprungzauber mehr dabei, aber die Karre fährt hier immer noch super durch und kommt jetzt aber gleich, denke ich mal, zum Stehen, auch da habe ich selber immer noch nicht so ein Auge so rauf, wann ist meine Karre kaputt, wann muss ich vielleicht meinen Sprungzauber setzen und ihr seht schon, es geht jetzt, der Päckersmesche geht weiter mit den Flegermäusen, oben gehen sie als erstes auf den Magerturm, der wurde wunderschön getankt, gerade von dem Ice Golem, das heißt also, da brauchte er noch keinen Fries, hinten hat er jetzt einen Fries über das Rathaus geworfen, aber auch da gibt es nicht wirklich Gefahr für die Bohlen, noch ein paar sind draufgegangen, ja, nur machen jetzt einige Truppen, gehen hier jetzt so ein bisschen, ne, es sind gar keine Truppen mehr da, oh, 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 aber er hat hier noch einen Fries, hat hier jetzt eigentlich nur noch hier im unteren Bereich die Fledermäuse und eine Luftabwehr noch, die macht natürlich nur Punkt Schaden, der Clean-Up Lucky und dann geht es jetzt eigentlich schon zum Clean-Up mit den, komischerweise, irgendwie habe ich immer das Gefühl, die sind auf den Verteidigungen immer viel schneller als auf den Minen und Sammlern beziehungsweise machen da viel mehr Schaden. Hinten, sehr, sehr ärgerlich, muss ich sagen, war ein Babydrache, der jetzt die ganze Zeit hier sich erstmal den Päcker vornimmt und Loon hat er noch gesetzt, ich meine, Loon ist natürlich auch eine Gefahr für einen Babydrachen, aber der wechselt erstmal nicht, der hat sein Ziel gefunden da oben und hier unten gehen ganz fröhlich die Fledermäuse weiter und wer auf die Zeit geachtet hat, es war ultra, ultra eng, denn irgendwann, ja, Päcker jetzt weg, Eiskulim weg, aber Glück gehabt an der Stelle, denn der Babydrache ist im Freeze und damit waren das drei Sterne hier, also echt knappes Ding hier, ich denke mal, wenn der Freeze nicht mehr gewesen wäre, na, mit dem Flächenschaden von dem kleinen Babydrachen hättest das in jedem Fall, glaube ich, wären die Fledermäuse dann zerrissen gewesen, aber schön gemacht hier von Noah, gehen wir mal weiter rein in den Krieg. Ich bin zwar jetzt schon auf der 1, aber meine bescheidene Aufgabe in diesem Klagenkrieg war es eigentlich, auf die Nummer 1 und ich glaube auf die Nummer 3, irgendwie zwei Sterne zu holen, ich hatte nicht die ganz richtige Armee mit, ich habe die Armeen leider vertauscht gehabt und musste aber auch angreifen, war sehr, sehr spät, also 7 auf 1 hier, Thorsten auf Daniel okay und habe mir aber hier auch gedacht, Packer und Bowler sind für den 2 Sterner hier, glaube ich, auch eine gute Wahl. Mein Drachen ist da oben eigentlich viel, viel besser geflogen, als ich gedacht habe, kriegt jetzt natürlich enorm Feuer, aber ich wollte ja erst mal funneln, so dass meine Truppen hier in jedem Fall irgendwie in diese Base reingehen. Oh, entschuldigt bitte, kleine Sprachpause. Und dann ging das hier, ja, jetzt ballert natürlich schon der Adler los, gleich zu Anfang, also noch keine Truppe hier in der Base und schon ballert der Adler. So habe ich gedacht, ich denke, ach du Scheiße, ballert der jetzt schon rum? Heiler gehen jetzt leider ein bisschen nach außen, die folgen also nicht mehr der Queen, die Queen geht jetzt auch ein bisschen nach außen, aber Rathaus haben meine Burle jetzt schon mal gepackt und die Riesenbomber hat die Karre abgefangen, war natürlich auch nicht schlecht. Selber hatte ich einen Päcker hier drin und einen Eisgolem. Habe jetzt meinen Sprung, den habe ich ein bisschen, ja, was heißt spät, gesetzt. Ich wollte eigentlich noch so ein bisschen Richtung Adler kommen, dass der endlich mal aufhört zu ballern, aber meine Truppen fühlten sich dann woanders eher so ein bisschen angesprochen und dann habe ich meinen Sprung noch mal außen gesetzt, dass vielleicht noch ein paar Truppen hier reingehen. Das ist mir auch in Teilen gelungen. Jetzt hatte ich auch noch, klar, jetzt ballert der Adler die ganze Zeit, jetzt habe ich aber noch zwei Zauber über einen Heilzauber und auch noch einen Frieszauber, 49%. Also zwei sichere Sterne hier auf die Nummer 1 werten, das in jedem Fall. Und das war so ein bisschen meine Aufgabe. Ich kam auch recht spät in den Krieg rein. Das war jetzt aber nicht so schlimm. Kurze Order, Toto, Safe zwei Sterne. Ich meine, Safe sieht anders aus. Das sind jetzt nicht so die Überprozente hier, aber zwei Sterne wurden von mir gefordert. Zwei Sterne habe ich abgeliefert, beziehungsweise vier Sterne. Und dann waren das zumindest hier oben, da sind wir jetzt nicht mehr so unbedingt auf drei gegangen, sondern auf drei sind wir so ein bisschen im Mittelfeld gegangen. Und das Mittelfeld bestand auch aus solchen Dörfern, an denen wir uns so ein bisschen abgekrampft haben, muss ich sagen. Aber wir haben ja immer noch einen kleinen Trumpf im Ärmel, sage ich mal, mit dem Julian. Also auch der Julian hat hier, glaube ich, schon einen Dreier gehabt zu diesem Zeitpunkt. Und das war der letzte Angriff von uns in diesem Klankrieg. Es war höllespannend. Auch der Gegner hatte noch bis ganz, ganz vor Schluss einen Rathaus-12-Angriff offen. Und wenn man sich den Gegner mal so ein bisschen angeguckt hat, so Kriegsterne und Level, dann ist einem schon ein bisschen unwohl gewesen. Muss man sagen, da waren also schon wirklich hohe Chars dabei, die schon ziemlich lange Klankrieg spielen. Also mit teilweise, ich glaube, ich habe einen gesehen, mit 2700 Sternen und mit XX-Pokalen, auch Legende und so weiter. Und solche Leute haben dann schon so oft angegriffen, so oft Bases auch gesehen in ihrer Liga. Aber hier ging dann ausnahmsweise mal die Queen den richtigen Weg. Denn wir hatten vorher schon Angriffe drauf. Exakt so, hätte ich mal fast so gesagt. Wo da der Sprung gesetzt wurde, Richtung King und Rathaus. Und immer ist die Queen unten rumgegangen, Richtung Magierturm. Das war natürlich immer ein bisschen schade. Das heißt, dein Angriff war eigentlich kaputt mit den Minern hier. Die setzt er jetzt. Klaburg ist nämlich schon weg. Also keine Zeit verlieren hier. Vor allen Dingen nicht mit Minern. Da darfst du wirklich nichts anbrennen lassen, was die Zeit angeht. Denn oftmals ist es so oder sehr, sehr häufig nach wie vor, Miner-Angriffe können auch schnell mal ein Zwei-Sterner werden. Dass es da am Ende an der Zeit fehlt. Denn die brauchen hier immer so ein bisschen zum Untertauchen. Wieder hochkommen, kaputt machen. Slammer noch zum Ende gesetzt hier. Ich weiß gar nicht, was genau im Slammer drin war. Ich muss jetzt mal gerade genau hingucken, was da eigentlich rauskam. Ich hatte nämlich einen Hockreiter gesehen. Und ich glaube, das sind aber, ich weiß nicht, ob das ein Hock ist oder ob das mehrere Hocks waren. Keine Ahnung. Es kann auch sein, dass es Miner auch waren. Das sehen wir jetzt gleich. Obwohl das jetzt nur ein Hockreiter hier ist. Aber richtig schön gemacht. Hier Rathaus. Kann ruhig hochgehen. Queen immer noch in Heilung. Und kann immer noch gezündet werden. Und ich glaube, ihr seht schon, was ich auch dann gesehen habe. Das wird in jedem Fall ein Drei-Sterner. Und auch überhaupt kein zeitliches Problem hier. Richtig krass gemacht vom Juli. Und Nummer 6 auf Nummer 14 war, wie gesagt, von unserer Seite her der letzte Angriff. Und der Gegner hat auch noch angegriffen. Der Gegner hat allerdings nicht mehr einen Stern geschafft. Der Stern fehlte uns auf jeden Fall. Wir haben 62, 61 die Kollegen aus Schweden hier niedergerungen, muss man sagen. Denn die waren auch nicht schlecht. Ich zeige euch das gerne. Denn auch der Gegner hat tolle Angriffe gemacht. Ich habe also sehr häufig im Chat gelesen, super Angriff auf Riga. Klar, ein Dreier, aber auch die ganzen Zweier sehr hochprozentig. Auch das Ganze, auch meine Base, nach leichtem Umbau hat gehalten. Denn ich habe im vorherigen Klarkrieg 3 kassiert. Aber richtig tolles Ding hier auch vom Gegner. Und wir waren von den Prozenten her. Wir mussten etwas zu niedrig und wir mussten unbedingt den letzten Stern holen. Und den hat uns hier der Juli irgendwo rausgeholt. Da ist er hier eine Minute vor Kriegsende. Und der Gegner hat auch noch mal versucht, Nummer 8 auf Nummer 16 mit 83%. Also richtig schönes Ding hier. Und freut uns natürlich super. So ein bisschen Training schon für die nächste Liga. Denn die nächste Liga geht ja jetzt irgendwann los. Wann geht es los? In 8 Tagen. Und wir sind jetzt schon in den Clanspielen. Ich würde sagen, ich hole mir mal gerade einen kleinen Game ab. Und dann machen wir hier auch noch einen Angriff. Mal ganz abseits des CKs. Ich weiß gar nicht, was wollen wir denn hier nehmen. Ach ne, jetzt nicht das hier, oder? Ja komm, das mache ich gerade ohne euch. So, den habe ich fix abgeschlossen ohne euch. Da wollte ich jetzt nicht unbedingt eine Folge von machen. Und 9 Storages in einer Stunde, das machen wir. Denn ich fange gleich noch mal so ein bisschen an zu boosten. Gucken wir mal. Ich gucke, ich finde eigentlich immer relativ schnell einen Gegner hier. Also ich habe jetzt nicht so das Problem, dass ich hier nichts finde mit meiner Armee. Allerdings jetzt kein Wort mehr. Da muss man ein bisschen aufpassen jetzt, dass ich nicht gleich die dicken Rathäuser habe. Aber hier habe ich jetzt schon 6000 dunkles. Ich muss ja jetzt wieder ein bisschen dunkles pumpen hier. Gar keine Frage. Und ich glaube, das nehmen wir auch mit. Der hat da außen einen Bohrer. Hat da auch einen Bohrer. Ich will das Rathaus nicht haben. Ich kann ruhig verlieren. Ja, das machen wir in jedem Fall. Ich würde sagen, das machen wir mal. Denn ich kann ruhig ein paar Pokale lassen hier. Ich bin immer noch in so einer Range, wo es eigentlich pokalmäßig egal ist. Die Queen kann ich glaube ich mal so ein bisschen außer Acht lassen hier. Das ist glaube ich nicht ganz so schlimm. Wenn ich die jetzt nicht mache. Ich meine, wir können sie jetzt gleich mal mitnehmen. Einmal hier zweimal gesetzt. Und, ah ja, okay. Ich muss aber in jedem Fall glaube ich meine Karre hier setzen. Und darf auch nicht vergessen, dass meine Queen hier so ein bisschen in Wut rein muss. Dann gehen wir hier mal rein. Einmal so, einmal so. Und ich glaube, oh, ich habe einen Mauerbrecher dabei. Das ist natürlich krass. Ein Mauerbrecher, King hier mit auf die Ecke. Und das ist cool hier, ein Mauerbrecher. Ich glaube, wir machen doch mal die Queen hier. Ich glaube, das ist ganz sinnvoll. So, jetzt schießt da schon ganz schön heftig etwas. Wir bringen die hier nochmal so ein bisschen in Wallung. Mal sehen, ob wir hier nicht irgendwo springen können. Der King nimmt das Angebot auf jeden Fall schon mal nicht wahr. Und dann gucke ich mal, dass ich hier jetzt mit dem Boland reinkomme. Ich bin jetzt schon in der Mitte. Oh, das klappt eigentlich ganz gut, ne? Das klappt gar nicht mal so schlecht. Stelle ich mal gerade so fest, das klappt gar nicht mal so schlecht. 2000. Da ist bestimmt noch was im Rathaus drin. Kann ich mir zumindest vorstellen. Und der King, komm, King, King. Oh, nein, jetzt hat es meine Queen erwischt. Alles klar, jetzt hat es meine Queen erwischt. Ist aber, glaube ich, auch an der Stelle nicht so schlimm. Der King quält sich da noch. Oh, das Rathaus hat jetzt aber auch wirklich nur noch so ein paar Trefferpunkte gehabt. Jetzt habe ich sogar gewonnen hier. Ja, so kann es laufen. Sah ganz gut aus. 2000. Ich meine, 4000 haben wir jetzt mitgenommen. Es geht als nächstes mein King hoch. Klar, aber im Klankrieg kann ich mir den King natürlich hochpäppeln mit einer schönen Potion. Und die muss ich jetzt laufen lassen hier. Ihr seht, was ich gerade sehe. Ich muss mal eben zweigiftlos werden. Ich weiß gar nicht, warum ich... Wahrscheinlich habe ich sogar Gift gefordert. Oder man hat mir falsch gespendet. Da muss ich mir in jedem Fall irgendwie so ein Wut reinzimmern lassen. Hatte mich jetzt auch schon gewundert, dass ich so wenig dabei habe. Aber meiner sind immer noch dabei. Und... Oh, da ist ja noch das... Ist ja noch ein Bohrer. Oh, macht mal vielleicht noch den Bohrer hier. Aber ich glaube, da sind jetzt gerade noch mal vier, fünf Stück weggeschmissen. Oh, jetzt hat mein Gift noch mal weggeschmissen. Jetzt hatte ich den Fokus auf ein Gift. Naja, egal. Aber ganz gut gemacht. Das Rathaus hat auch kaum noch Trefferpunkte gehabt. Und einen Stern kann ich mit Leben hier gegen... Eigentlich wollte ich gar kein Fünfer machen. Aber 4.413 und der Bonus hier. Das passt in jedem Fall. Challenge haben wir schon mal. Zwei Pötte davon. Ich fange jetzt in jedem Fall an zu boosten. Hole mir mal eben neue Truppen. Ah, Bodengift. Nein, nicht Gift. Wut. Wut. Ich brauche Wut. Ich brauche in jedem Fall Wut. Okay, also Champ 1 geschlagen. Ersten Helden hoch geworden. Geht jetzt hoch. Erstmal kleine ZK Pause. Dafür machen wir dann innerhalb der Woche was in den anderen Dörfern. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lass mal einen Daumen am Ende nach oben da. Und bis dahin, euer Toto. Euer Toto.